Wandern im Triefelsland. Viele perfekt ausgeschilderte Themenwanderwege wie der Richard-Löwen-Herzweg gilt es hier zu erobern. Auch so die Rehbergquelle erfrischen zu allen Jahreszeiten eine der zahlreichen Rastmöglichkeiten. Vom Zauberwald bis hin zu schon fast mediterran anmutender Kulisse findet man entlang des Weges allerhand abwechslungsreiche Eindrücke. Der 12 Kilometer lange Premium-Wanderweg ist ein Garant für anspruchsvolle Wanderungen durch die wunderschönen Landschaften rund um Anweiler. Genießen Sie den Fernblick über den Wasgau, mitten im Biosphärenreservat Pfälzerwald Nordburg-Esen, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Zentraleuropas. Die herrlich freie Aussicht von gepflegten Rastplätzen auf das atemberaubend malerische Panorama des Waldes sorgt für überwältigende Momente. Erwandern Sie zahlreiche Felsenlandschaften, wie hier den Fensterfelsen an dem Premium-Wanderweg Anweiler-Burgenweg gelegen. Die Perspektive auf die sagenumwobende Burg Briefels sowie der Arnebos und Münz ist der Höhepunkt der vielen Gipfel um Anweiler. Sprichwörtlich federnde Wege, die angenehm zu laufen sind, animieren auch Sie, das Triefelsland unermüdlich zu erkunden. Wir laden Sie ein zu faszinierend erlebnisreichen Augenblicken, die unvergesslich bleiben.